Hallo, zurück zu L.A. Noire. So, wir verfolgen immer noch diese Blondine. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Ja, sicher. Er rennt wieder rein. Glaubst du es denn? So, da hast du es doch. Dein Ziel. Und Candy ist picking up the winnings. Smart play. The question is, is Candy collecting on Albert's behalf, or is she cheating him too? Ich habe so ein Gefühl, sie ist sehr hinterlistig. Taxi, du. Das heißt doch irgendwas mit Verkleidung, oder? Oder Umhang. Irgendwas in der Art heißt das. Aber warum? Klar, es klingt wie Taxi, aber Taxi, du, heißt... Oh, das ist ähnliches. Oh, wie der Blöd. Nein, ich wollte doch nicht so viel umfahren. Ach, ich darf nicht entdeckt werden. Ich dachte, ich soll das Taxi aufhalten. Okay, das habe ich jetzt missverstanden. Mein Fehler. Ja, das lädt ja erstmal wieder eine Weile. Ach, ja, ja. Ach, ja. Jetzt wieder viel mit heimlicher Verfolgungsjagd. Jetzt wäre es ein schlechtes Zeit, um zu vergessen, wie zu fahren. Und ich will durch, ja. Hammond ist voll von ihm selbst. Bein' das, dass er gewinnen würde. Ja, 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 ist mir schon klar. Äh? Ach, Leute. Ich war jetzt kein Stück vorgefahren. Das war jetzt aber fies. Muss ich jetzt bitte nochmal von vorne anfangen, oder was? Ach, nee. Oh, Leute. Oh, Mensch. Ach, ja. Ich muss doch mal durch, Leute. Also, ehrlich. Ich brauche nicht sagen, ich weiß, dass ich als Detektiv und Polizist nicht geeignet bin. Das ist mir schon bewusst. Welches auch schon mal entdeckt. So, ich darf ja bei Rot drüber fahren. Ich nehme die Erlaubnis einfach mal raus. Lass mich durch jetzt hier. Stopp. 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 Also, trotz allem, muss ich sagen, macht das wirklich Spaß. Stopp. Kann ich eigentlich auch blinken? Ich glaube nicht. Ja, natürlich. Oh, shit. Better drop back, Cole. Lässt du mich jetzt durch jetzt hier, Mensch? Ich glaube es ja wohl nicht. Das ist ja scheiß Straßenverkehr mit nebenbei. Es ist scheißegal, ob ich hier auf den Bürgersteig fahre. Oh, dear. Oh, ich dachte jetzt schon, jetzt haben sie mich wieder entdeckt. Ja, doch, das war doch klar. Sie hatte doch diese Busfahrkarte. Jetzt müssen wir uns anscheinend beeilen. Ach so, ich darf immer noch nicht entdeckt werden. Och, Leute. Es ist es doch. Gibt's doch wohl nicht. Ich dachte, ich muss sie jetzt aufhalten. Ich denke, ich habe nur Hammond gesehen. Ich werde ihm sagen. Du gehst in da und bleibst mit Cam. Mach sicher, dass du nicht sie nicht sehen lassen lassen. Woher kommt das Babyöl? Ich bin raus. Ach so. Okay. Herrlich. Inkognito. Ja, stimmt. Das fährt natürlich so nicht auf. Woher geht sie hin? Jetzt wurde sie umgebracht. Wetten? Ich sehe es doch schon, das Blut. Ich sehe es doch nicht. Ist auch jetzt schon tot. Ja. Jetzt haben wir doch klar, dass sie stirbt, bevor der Krankenwagen überhaupt da ist. Wenn die in die Brust gestochen oder geschossen wurde, ist ja wohl logisch. Wo hat es gebrummt hier? Anscheinend geschossen. Theater? Ach, das war es wohl schon. Und eine Waffe? Wird die Hülse nicht eigentlich ausgeworfen? Ach nee, ich glaube bei Revolver nicht. Ich glaube, da wird die nicht ausgeworfen. So, untersuchen... Untersuchen kann ich sie anscheinend nicht. Kann ich hier raus? Nee, da ist ja der Mörder geflüchtet. Tja, alles umsonst. Da hin. Ja. Hast du nicht gesagt? Ja. Keine Frau. Die Frau nicht erzlichen Dank. Keine Frau? Mittelfde die Böden nicht auf die Kirche über diese Jahrhundert, von der sie. Du musst die Stadt viel schneller weg gehen, wenn du dich nicht aufsachen, über Mitglieder der Mickey C. Das ist ein langer Schuss, nicht alle? Also wie vulgär manche echt sprechen, schon ein bisschen abartig. Okay, hier kommen wir anscheinend nicht rein. Ich dachte jetzt schon hier auch nicht. Weiß er was, wo wir hin müssen? Halt, jetzt komme ich hier nicht vorwärts. Jetzt gehen wir mal wo in den Kinosaal. Ja. Das war's. Das war's. Mhm. Mhm. So did little boy. You did it and make the quick fuck. And Candy did it and make their dream come true. Bla bla bla. I've got the money. All I need to do is get rid of you. It's gonna be a shame kid, but that's business. Einer korrupter als der andere. Außer Cole natürlich. Weil ich hab ja gehört, dass mein Partner auch korrupt ist. Inwieweit? Ich muss sicher noch rausstellen. Wo ist er denn nur? Wie ziel ich bin jetzt eigentlich? Oh no. Reinforcements are on the way. Cease and desist. Clear me some space here. Keep moving. Come on Cole, Carlo's a dead man. Handle two and find him. Und der lässt sich da abknallen oder was? Wo kommt denn das jetzt schon wieder her? Glaubst du es denn? Ich drücke doch. Die haben aber auch nicht, wo die Schüsse herkommen, muss ich ehrlich sagen. Ja, 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 ja. Ich seh nix. Schieß einfach dahin, wo das herkommt. Wer kommt? Diese Aussprache, es ist feuchterlich. Er kommt. Er kommt. Der rote Punkt kommt. Ich glaub das war's. Ja. 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 Gehen ab jetzt, Hammond! Ja. Scheiße, dein Schäufe. Das Dach, er hat mir viel Geld verdient. Hm. Schnauhe! Die Skana verkauft aus New York Hammond. Sei auf die nächste Fahrzeuge und nicht sich wieder zurückkommt. Warum? Er auch? Ich weiß ja nicht. Du musst jetzt einen Film anschauen. Du bist du Sons-Of-Itches wissen, was das? Nein, Herr. So, der Wop, der in diesem Theater war, war der Boxing-Manager, der Kandy-Edwards hat nichts zu tun mit dem Fix? Absolut nicht. Erl, du machst die Verneril-Disease-Citations, bis du kannst dich lernen. Belts? Hast du nichts zu sagen? Nein, Herr. Geh deine Uniform aus deinem Lager. Du bist zurück auf der Straße. Hm. Na, schönen Dank auch. Fallbericht. Oh, ich habe immerhin 11 von 11 Hinweise. Das ist ja schon mal was. Na gut, da ich nur eine Person gefragt habe, ist 0 von 3 jetzt nicht so gravierend, denke ich mal. Candy ist auf dem Weg ins Leichenschauhaus, es gibt also keine zweite Chance, um ihre ganze Geschichte zu erfahren. Okay, heißt das also jetzt, ich hätte das verhindern können, dass sie stirbt? Wenn ja, dann schreibt das mal bitte in die Kommentare, dann habe ich mal wieder versagt. Okay, dann also bis zum nächsten Part und bis zum nächsten Fall. Eure Lovelies Raser Nextает erst mal und bis zum nächsten Mal über mantener einmal etwas zuscherségendes. Weil es, elementos aufłości sind. Und bei der WTB-2 ist das nachge� reconnect. Und damit wir uns nicht darum kennenlernen.